So, auf geht's. Alles okay bei euch hier, na? Es ist also, hör mal! Ich setz mich auch mal hin jetzt hier, ja? Darf ich? Geht das auch? Ey, Handy weg! Hallo, Handy weg! Das schabelt, zappelt ja mit dem Kopf! Diskutier mit mir nicht! Mann, was du hier? Okay, hier vorne ist, ja? Okay, wir sitzen! Ich habe es an, ddd, digd, 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 digd. Digd an... an... So... Wenn wir mal... Warum wird die Polizei auf einmal? So... So... Also... So... 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 ein paar Sachen die 10 und für die Zahl und herzlich willkommen bei Flixbus wir freuen uns dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Teilhaut los bevor wir richtig in Fahrt kommen hier ein paar Hinweise die gesetzliche Anschnallpflicht bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an in den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack und Getränkeangebot na bier hab ich nicht da im hinteren Einstiegsbereich wer kostenlos surfen will wählt sich einfach in unser WLAN Netz ein unser Reisetipp fürs Internet schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten sollte euer Mikrofonschmalle viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet so könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten auf Flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit ja natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen den wir euch für E-Mail zuschicken so ein Raudi wir danken für eure Aufmerksamkeit ich bin kein Raudi eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus Hello and welcome to Flixbus ich muss mal was machen schnell hin ich will mal ein bisschen leise machen ja, look mal leise machen ok jetzt muss ich glaube es sein wie es sein sollte ja 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 Können Sie bitte etwas heizen? Nö haben wir keine heizen zu Hause? also, ne ja ja anwenden zurück gleich aber rot ist die Schrimm wir fahren jetzt nach Amsterdam ja ja es ist doch keine Verfolgungsjagd ey ich hab dir gesagt du kannst gleich zu Fuß nach Hause gehen du sprichst nicht dauernd an labers beziehungsweise du sag mal bam ich fahr schon langsam außer geht es um Autobahn dann muss ich immer hier was machen haha hm 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 Darum soll man sich also anschnallen. Nee, wisst du. Lass mich doch mal ein... Ey. So nicht. Hä? Mal runter? Alter, war das knapp. Aber richtig dolle. Mann. Nein. Ich kenne Taxifahrer, die besser fahren als sie. Das ist ja... Sei da froh. Kannst du jetzt zu Fuß nach Hause gehen? Da wird die Schnauze voll. Meine Meckerei. Ich muss mich doch... Also richtig... Ich bin doch kein Raudi, ich bin doch ein Raudi, oh yeah. Nee. Fahrlich langsam. Magdeburg. Jawohl. Jawohl. ja wohl ja wohl ich frage langsam keine angst darum soll man sich also anschnallen ich habe mich auch zu meckern ich fand es machte wo also ruhig mann sorry sowieso da kann ich nicht so viel was ist jetzt los hier ja sorry leute ich hole mir noch ein zug hier hehehe also alle frohe ... ... ... ... ... ... ... Mann, nee! Das ist los, ich habe mir was in Begonen. So, wir wollen mal weiter zocken, Leute. Alter. Mann, du Mädel, ey. Nee. Äh, äh, das Scheißgebohl. Alter. Manchmal ist das jetzt ausgemacht, ich bin ein Trottel. Mann, ey. Äh, äh, äh. Hä? Ne, das streng ich mich an, Mann. Ich bin ein Trottel. Na, wollen wir mal. Ich hab echt gedacht, man kann irgendwo zocken. Mann, du Mädel. Ja. Mann, du Mädel. Ne. Na, Leipzig, Leipzig und Halle? Ja, ich soll nicht gehen. Nee, wo kann ich sagen. Mann, du Mädel, ey. Weiter! Was geht denn los? Was geht denn los? Ich hab keine Servierung. Ja. Ich hab auch nicht so viel, was da los ist. Ich wollte gerade so machen und immer BAUTZ. Mit einem Daumen BAUTZ. BAUTZ. Die passen nicht? Ja. Ich kann die zur Führung, junge Frau. Wenn ich wüsste, was los ist, die Leute hier ohne hier. Naja. Wir können nicht weitergehen. Und, äh, wir sind sehr unmittelbar los. Oh. Nee, also ganz ehrlich. Nun wachsen schon Eiszapfen. Mir egal. Ey, das... Was geht denn hier ab? Ja, frag mich auch nicht, Alter. Also ehrlich, ich fand hier viel verrückt. Ich denk, oh, ich bin nicht normal, aber manchmal bin ich doch normal. Na, sehr ehrlich. Was war das? Das weiß ich nicht. Das war mein Bus. Mann, Meter. Ich hab mich gar nicht abzubringen. Oh, oh. Oh. Nein, 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 nein. Alter. Manometer. Was war das mit dem Schiff? Ja... Nein, nein, nein. Was ist denn los? Was ist denn das mit dem Schiff? Aber... Ich hab mich nicht daran... Lass das mit dem ... Was macht das mit dem Schiff? Und was ist denn die Schiff? und wir müssen die Schiff? e nene und das sind die Wesen Potsdam Berlin hat sich auch Magnometer Ist das hier Alarm für Anaconda 12? Ja aber sicher Hä? Hä? Was war das denn? Manometer Mama Das geht Jawohl Ich will hier raus Warum? Ich steh auf Geh raus Ja Geh Ich schmeiß es raus Los Oh wie schön das hier ist Guckt euch mein Bus an Ah Ok Hä? 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 Ich kann springen krass Ich weiß nicht was Na ja Ja Wollen wir mal weiter Na ja Bin ich halt Schlimm Wenn ich mal rumbekommen Also ehrlich Sehe nicht ein Hahaha Ja Scherz Einmach Ja Ich kenne Taxifahrer die besser fahren als sie Ja 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 Ist mir egal Wir fahren weiter nach Amsterdam Ist das kalt hier drin? Mir egal Was interessiert mich das hier kalt drin ist? Wenn ich mir anmache Mecker zu Ich komme in die Toilette nicht rein Und jetzt fahre ich immer Auto Ähm Hier Flixi Das geht nicht so weiter was ihr denkt Also Na mal Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet Na ist ein Bus auf Toilette man hat ein Kaffee verschüttet Also auf Nee Alter Wo finde ich das WLAN Passwort? Unter den Router Ey Ja Und hast du Passwort? Hast du nicht alles? Ja Was du willst? Ja Umhänge mal gucken über die Uwe Mit dir geschrieben Da Keiner Eh Ich würde gerne mal ein Bier trinken Ich muss mein Bier holen Ich muss mein Bier holen Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet Noch noch Geht Ich nehme an Ich nehme an Ich nehme an Ich nehme an Schrei Ich nehme an weg hier mein nagel ist angerissen muschi es kommt hier baustellen jawohl meine meter das heißt ich möchte einfach alles ran hier weil ich dachte das ist ein bus und kein düsenjet äh junge kann es gleich zu fuß gehen kann man der kann der kann der kann der kann muss er pünktlich ankommen muss pünktlich ein m warum fahren sie eigentlich so schnell alter weil ich es darf ich bin die vertretung kaffee pause und das ist noch mal nein ich bin partikant ich konnte die polizei noch hier danke für sie haben sie wohl pulzei rum haben sie die polizei um mit w w Tjaaaaaa Hehehehehehe Polizialkontrolle will ich nicht formen Nö Warum Seht nicht allen Hm Heidliche Säbel vorbei vom Alkohol getrunken Da können sie mich doch nicht anhalten Nee, nee, nee Müssen man Gästen allein nach Hause gehen Und das wollte ja nicht stimmst Hallo, hallo? Ah, ich schlieb das und alle Naja Wenn wir keine Pullover mitnehmen sollen, ist das kalt Ja, auszumeckern, äh, da Nee, ey, ich hab mal was mit dir los Suchst du Freunde? Hm 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 Ah, ja Ja Nee, nee, nee Alter Manometer Manometer Nee Ah, ich bin ruhig, das ist schön, ja Ja Hä Hä Ja Äh Ja Ja Hä Ja Ja än Hä 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 also so eilig habe ich jetzt auch nicht ja ich hab die schnauze voll von euch das ehrlich los an meckern 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 meckern